Hey zusammen, Alexander Wahler hier, live aus Florida, USA von Date with Destiny mit Tony Robbins. Beziehungsweise, das ist ja nicht wirklich live, das Video kommt ja in zwei Tage später. Und erstmal Entschuldigung, dass ich mit meiner Handykamera filme, aber ich habe absolut null Möglichkeit hier zu filmen, weil das Event aber wirklich teilweise mehr als 12 Stunden am Tag geht, teilweise 16 Stunden. Und ich kann nur mal kurz rausrennen und hier mit der Handykamera filmen. Aber ich wollte eine sehr, sehr geile Sache mit euch erzählen und zwar, welche Geschichte erzählst du dir selber? Denn, seien wir mal ehrlich, wir alle haben eine etwas längere Geschichte und wir wiederholen diese Geschichte hier oben drin immer und immer und immer und immer wieder. Und diese Geschichte formt natürlich unsere Identität. Meine Geschichte war es früher, hey, ja weißt du, ich war mehr ein Außenseiter, ich war nicht gut mit Frauen, ich hatte kein hohes Selbstvertrauen, ich war nicht wirklich der Erfolgreichste, hatte nicht viele Freunde, wusste nicht in welche Richtung ich mich entwickeln soll. Und diese Geschichte habe ich sehr, sehr lange mit mir rumgetragen. Und dementsprechend hat diese auch meine Identität geformt. Hat sie jetzt meine Identität damit auf etwa, auf eine gute Art und Weise geformt? Nicht wirklich. Denn im Endeffekt spielst du ja ein Band in deinem Kopf immer und immer wieder ab, was eigentlich scheiße ist. Das ist also, dass du einen schlechten Film immer und immer und immer und immer wieder schaust. Und würde das irgendjemand von uns in Wirklichkeit machen, du schaust dir einen Film auf Netflix an, merkst, er ist überhaupt nicht gut, er gefällt dir überhaupt nicht und dann schaust du ihn jeden Tag zwei, dreimal, einfach weil du es gewohnt bist. Warum also dein eigenes Leben gerade von deiner alten Geschichte kontrollieren lassen? Von etwas, was vielleicht zwei Jahre, vielleicht fünf Jahre, vielleicht zehn Jahre, vielleicht 15 Jahre her ist. Das heißt, zu einer Zeit, wo keine einzelne Zelle, die aktuell in deinem Körper existiert, existent war. Unser Körper erneuert sich, glaube ich, alle drei Monate, sind alle Zellen erneut oder waren es, doch, ich glaube, alle 90 Tage. Wenn es jemand anders weiß, wenn ich eine falsche Frage habe, dann bitte korrigiere mich in den Kommentaren unbedingt. Das heißt, du lässt dein Leben von etwas kontrollieren. Ich bin übrigens auch sehr heiser. Oder ich bin gerade in den Stimmbruch gekommen, wenn es von beiden, ich weiß es nicht. Ich hoffe auf Letzteres. Werde ich auch endlich mal erwachsen. Und auf jeden Fall, du lässt dein Leben von etwas kontrollieren, was mehrere Jahre her ist, wo keine deiner Zellen existent war. Das heißt, etwas, was eigentlich gar nicht existiert. Das ist in der Vergangenheit, das existiert nur noch hier drin. Und du lässt diese Negativität weiter in deinem Leben formen. Du sagst dir dadurch vielleicht, hey, weil ich so und so aufgewachsen bin, vielleicht bist du in einer schlechten Umgebung aufgewachsen, kann ich den und den finanziellen Erfolg nicht haben oder den und den Erfolg in der Karriere nicht haben. Weil ich früher nicht beliebt war, weil ich früher nicht cool war, weil ich früher gar nur Selbstvertrauen habe. Kann ich keinen Erfolg bei Frauen oder bei Männern haben, je nachdem, ob du eine Frau bist oder ein Mann bist. Und zerstörst dir damit deinen eigenen Antrieb, dein eigenes Selbstvertrauen und deine eigene Motivation, bestimmte Ziele zu erreichen. Vielleicht verfolgst du am schlimmsten Ziel sogar, aber dadurch immer wieder diese Story zählt. Ja, hey, ich war nie gut mit Finanzen, also werde ich auch in der Zukunft nicht meine finanziellen Ziele nicht erreichen. Oder ich war nie gut mit einem anderen Geschlecht, also werde ich in der Zukunft auch kein erfülltes Liebesleben haben. Ja, dann lässt du etwas, was nur noch hier oben drin existiert, deine Gegenwart und deine Zukunft kontrollieren. Und mein Appell an dich ist, schreib dir mal genau auf. Nimm dir jetzt ein paar Minuten Zeit, 10 Minuten reichen, welche Geschichte du dir immer wieder erzählst. Und was geht dir immer wieder über deine Identität durch den Kopf, was du dir seit Jahren erzählst. Und was davon möchtest du nicht mehr erzählen. Was davon hält dich auf und dann sagt dir ganz einfach, naja, ich werde diese Geschichte jetzt nicht mehr erzählen und schreib eine neue Geschichte. Du bist der Autor deines eigenen Lebens. Ich weiß, es klingt ein bisschen kitschig, du bist der Autor deines eigenen Lebens. Live your dream. Nur im Endeffekt hält dich nichts davon ab, die Ziele zu erreichen, das Leben zu leben, was du gerne leben möchtest. Außen die Geschichte, die du dir selber erzählst. Cool. Jetzt interessiert mich noch, was waren Dinge deiner Geschichte? Was waren Teile deiner Geschichte, welche du dir immer erzählt hast, welche dich aufgehalten haben, welche dir dein Selbstvertrauen geraubt haben, welche deinen Erfolg geraubt haben, deine Motivation geraubt haben, deine positiven Emotionen geraubt haben. Schreib mir das mal in die Kommentare. Würde mich hier sehr, sehr interessieren. Und schreib mir auch gerne dazu, wie hat sich deine Geschichte seitdem verändert. Und was erzählst du dir jetzt? Und wenn das Video gefallen hat, gib dem Video einen Daumen hoch, abonniere den Kanal, damit hilfst du mir sehr und damit hilfst du auch anderen Leuten sehr. Denn damit sehen die das Video eher, damit schlägt YouTube ihnen das Video eher vor und wir wollen natürlich, dass mehr Leute davon profitieren, denn damit kannst du auch einen Beitrag dazu lassen, dass sich jemand anders weiterentwickelt, dass sich jemand anders seine eigene Geschichte ändert. Und eine letzte Sache noch, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann melde dich doch hier unter der E-Mail-Adresse info.alexanderwala.com und wenn ich aktuell Coaching-Gritzfrei habe, können wir gerne über ein Coaching reden. Wenn nicht, dann wirst du auf eine Warteliste gesetzt von meinen Assistenten und dann werden wir auf dich zukommen, wenn wieder neue Plätze zur Verfügung sind. Das heißt so oder so, melde dich hier unten und dann sehen wir uns im nächsten Video.